Und einer! Schicht hat nicht vergessen! Josh Schwab! Fröscher muss jetzt hier nochmal komplett mal antreten! Boah, da wird richtig eng hier! 17,9 und 20! So! Einer muss wieder auf! Jetzt ist er auf Platz 5, wieder vorgefahren. Aber vor der Weg hier, auf der 1, der 1, nach 2. Das ist der Punkt.